Konzentration, mann. Der Stalker wird wieder unterwegs sein. Jetzt wird's lustig. Ich versuche mir diesmal sogar noch den 3er Speed-Buff zu gönnen. Och Gott, ist das assig, mann. Da ist einer. Der pusht mich auf jeden Fall auf 2 hoch. Guck mal, wie ich hier gucke. Sie merkt's nicht. Ja, ich bespann dich. Das ist mein Opfer sogar direkt. Okay, den muss ich jetzt hardcore stalken. Wir haben einen neuen Subscriber. Yo, John, danke, Mann. Wer auch immer das gerade war, ich schau gleich. Ich muss hardcore stalken hier. Oh mein Gott, das sind die geilsten Runden, die ich jemals hatte in diesem Spiel. Okay, komm, du bringst mich jetzt der 3 noch ein bisschen näher. So ein 1er Speed-Boost hab ich schon. Ich hab gesehen, dass hier rechts noch jemand war, aber der ist weggerannt. Shit. Ist er wieder zurückgerannt? Shit. Okay, wir müssen weiter suchen. Wir sind zur Hälfte auf Stufe 3. Fiore, danke für deinen Sub, mein Lieber. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es wird so ein krasses Gemetzel. Sub-Hype für Fiore habt ihr hoffentlich auch gemacht hier im Chat direkt, ne? Denke mal schon. Ich kann mich auf euch verlassen, hoffe ich, oder? Und ausges- Oh, Leute, wir haben einen neuen Subscriber. Hilifia, danke für dein Follow, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Eskalation im Chat. Ihr seid eben schon so schön eskaliert. Komm, ihr könnt heute, heute ist Eskalationstag. Oh, Speed-Boost. Oh, Leute, wir haben einen neuen Subscriber. Und sein Name ist John C. Nupsi-Wutzi auch noch. Hype für Nupsi-Wutzi. Was denn jetzt los? Drei Subs in so kurzer Zeit, ey. Sub-Hype hier. Krass, Mann. Ihr wollt nur weiter spammen, oder? Gebt's zu. Ihr wollt nur weiter spammen. Okay, Leute, ich bin kurz vorm... kurz vorm Höhepunkt, kurz vor Stufe 3. Und sie haben noch keinen Jenny gemacht. Das sind gute Voraussetzungen, dass wir alle kriegen. Ah, die machen die 99er. Scheiße. Shit, die machen die 99er-Taktik. Okay, nicht alle machen die 99er-Taktik, offensichtlich. Okay, du wirst jetzt zuerst sterben, Claudette. Es tut mir leid. Aber du wirst mich jetzt zum Höhepunkt bringen. Ich fand Claudette schon immer geil. Ich hab immer nur so getan, als ob ich magfeier. Claudette? Hm. Da ist sie hin. Ich muss dich nur noch einmal anschauen, Claudette. Komm schon. Yes! Oh mein Gott, sie ist mir direkt in die Arme gerannt. Und dafür wird sie bestraft, Leute. Black Sheep? Ne, das war nicht Black Sheep. Wer war das? Oh mein Gott. Zack, der erste ist down. So. Wo sind die anderen? Da sind die anderen. Danke für diese drei Subs grad nochmal. Fiore, Heliphant, Nupsiwutzi. Wie krass. So schnell hintereinander einfach drei Subs hatten wir auch schon lange nicht mehr. Wer noch auf den Sub-Train aufspringen möchte. Jetzt ist die beste Gelegenheit. Der Chat ist gerade in Hardcore-Feier-Stimmung scheinbar. So feucht-fröhlich wie heute werdet ihr schon lange nicht begrüßt sonst. Nein, Spaß. Ey komm, bitte geh da raus. Geh da raus. Geh da raus. Komm da raus. Nein. Ich will... Nein. Ich will ihn abstechen. Geh da raus. Komm. Geht doch. Was? Das ist ne Frechheit. Nein. Ich will ihn töten. Was war das denn? So geht das nicht. Schön ist jetzt denken die, dass ich wahrscheinlich ein Dingens hat, ne? Ein Memento oder so. Ich hoffe ihr helft ihm. Er ist ein guter Teammate gewesen. Er war im Schrank. Hilf ihm. Hilf ihm. Entschuldigung. Schon wieder falsch. Okay, er steht wieder. Und jetzt wird der dafür abgestochen. Trennende Hölle, du Kackvogel. Hilf niemals ein Teammate. Hilf niemals ein Teammate. René. Sorry. Aber das hast du dir verdient. Das hat er sich verdient. Oh mein Gott. Und den anderen lass ich als letztes leben. Ich wäre so sauer. Sascha donatet 5 Euro. Ich bin jetzt nicht so groß. Und schreib eine Nachricht dazu, die ich jetzt gleich vorlesen werde. Du kannst dir eine andere Putzkraft suchen. Ich bin raus. Okay. Das war scheinbar eine dreckige Schlammschlacht gerade hier im Chat. Scheiße. Wo finde ich jetzt so schnell einen zuverlässigen Menschen wie Sascha. Der den Chat sauber hält. So. Wo ist der Dwight? Ich würde den Dwight ja auch nehmen. So ist es ja nicht. Ah, die spielen schon sehr sneaky jetzt. Ne? Ich würde halt lieber Clodet finden. Als Dwight. Weil Dwight ist verletzt. Alles klar. Dwight ist verletzt. Den finden wir vielleicht schneller nochmal. Aber Black Sheep, der ist nicht verletzt. Das ist bestimmt der Bruder von Blackhawk. Hm. Ihr werdet doch wohl nicht. Okay, sie werden nicht. Okay. Bitte Clodet. Zuerst mal in die Richtung gucken, ob sie da geht. Ich sehe aber nichts. Weil der Stein da im Weg ist. Kacke. Sascha, du nimmst nochmal einen Euro für heute. Ah, okay. Dann muss ich mich ja nur heute nach dem Neues umsehen. Yo. Die haben sich geheilt. Dann sind sie aber nicht hier in der Nähe. Ne, zumindest er ist nicht in der Nähe. Ich würde jetzt ja ins Haus gehen. Die aber nicht. Doch. Hey, hey, hey. Leg dich doch zu ihr. Nein! Wieso geht das bei ihm nicht? Hier ist die Luke. Das müssen wir uns schon mal merken. Kann doch nicht sein, dass er andauernd davon kommt. Oh, da ist Clodet. Shit! Hä? Nein! Okay, Leute, wartet. Wartet kurz. Wartet. Nö, sich nicht ein. So, lauf! Lauf! will ich abstechen so diesmal werde ich richtig nah an sie rangehen so geht doch nur damit wir die abstechen können so dann werde ich mit whitey auch noch mal schnappen den werde ich runter in porno keller tragen und dann lasse ich ihn entkommen ok leute drei von vier papa hat was für dich ist er da gerade runter gefallen er ist doch gerade da erst gerade darunter gefallen glaube ich glaube man hat es gesehen Dwight, where are you ah sie meine an so Dwight porno keller und die nee dann da kann er vielleicht entkommen pass auf wir machen es anders wir wollen ja wieder was zu sehen haben wir gehen hinten in die ecke lauf Dwight lauf die jagd ist eröffnet süßer die jagd ist eröffnet und die jagd ist geschlossen oh yeah oh mein gott dieser das ist so eine krasse kombi leute boah the kensch danke für den follow wir haben sie noch alle abgestochen diese kombi ist so hardcore asozial ich liebe sie wir haben sie alle bekommen satan girl hau rein schön dass du da warst wir müssen die knochen von grans mit salz beschmeißen oh guckt euch das an krasses d rank für die alle ich kann da nix für